Ich bin die Großmutter von Kevin und unsere ganze Familie kommt aus Polen. Ich wollte, dass mein Enkel Kevin bei uns wohnt, deshalb haben wir einen Termin bei Pflegedienst gemacht mit Frau Rumswinkel, aber die wollte überhaupt nicht sprechen, dass Kevin zu uns kommt und sie hat gesagt, für Kevin wäre es am besten, wenn er in eine gute deutsche Familie aufwächst, weil ich zu alt bin und außerdem, das ist eine andere Kultur. Wie meinen Sie eine andere Kultur? Haben Sie gefragt, welche Kultur? Unsere polnische Kultur ist andere als deutsche. Und was haben Sie dazu gesagt? Gar nichts, ich war einfach sprachlos. Und haben Sie versucht dagegen zu protestieren, telefoniert oder sonst was? Ich und meine Tochter, wir haben nochmal versucht, wir haben nie einen Termin gekriegt. Frau Rumswinkel sagte, wir sollen mit Frau Brückner sprechen. Wer ist das? Frau Brückner ist die Sachbearbeiterin von Karitov. Sie hat Kevin mitgenommen. Und Frau Brückner sagte, sie hat nichts damit zu tun. Wir müssen uns auf Frau Rumswinkel wenden. Und wer ist diese Frau Großwinkel? Rumswinkel. Die arbeitet bei Pflegekinderdienst. Sie vermietet Kinder. Ist das Jugendamt oder was ist das für ein Dienst überhaupt? Ich denke, das ist auch kommunaler Sozialdienst. Kommunaler Sozialdienst, also Sozialamt oder was ist das überhaupt? Kommunaler Dienst für Pflegekinder, Vermittlung für, ja, die Vermittel Kinder für Pflegefamilien. Dankeschön. 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 worthy Durant